servus ich bin es mal wieder eine kleine aufnahme und warum ich heute aufnehmen und zwar ich habe ja im letzten mal gesagt dass ich aufnehmen in frankfurt und in marburg jetzt wollte ich eigentlich das noch von euch wissen also müsst ihr natürlich in die kommentare schreiben wo soll ich aufnehmen egal wer der stadt es ist ich nehme es einfach auf und ja bin mal gespannt auf eure kommentare und ich lasse einfach mal das video an weil die strecke die ich eigentlich fahre die es eigentlich sehr schön ist zum fahren und die ist zwar eng aber ja sehr schön strecke okay dann da sage ich jetzt schon mal schüss und ihr könnt ihr so lange der das video noch anschauen okay dann so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017